Aktuell beraten die städtischen Gremien in Oberursel über die Umwandlung der untere Dornbachstraße als Vorbereitung für das neue Gefahrenabwehrzentrum. Aktuell fahren viele FahrradfahrerInnen, vor allem SchülerInnen, aus dem Norden über den Weg neben dem Dornbach-Nebengraben bis zur Hans-Thomas-Schule und von dort neben dem Dampfeisenbahnclub zwischen den ehemaligen Kleingärten bis zur Lahnstraße. Hier überqueren sie die Lahnstraße und finden Anschluss am Fahrradweg an der Alte Leipziger. Da diese Verbindung durch den Bau des Gefahrenabwehrzentrums nicht mehr möglich sein wird, soll der Fahrradverkehr über die Mainstraße bis zur Dornbachstraße geleitet werden. An der Dornbachstraße wird aus der Nebenstraße im unteren Bereich eine Fahrradstraße. Dazu wird der Kunststreifen in diesem Bereich verlegt und die Parkplätze so umgedreht, dass man sie von der Dornbachstraße aus erreicht und nicht mehr von der Nebenstraße. Aktuell sind offiziell 33 Plätze vorhanden. In der Sitzung des Ortsbeirats Nord am vergangenen Mittwoch wurde aber aufgezählt, dass 39 Fahrzeuge dort parken, da man auch inoffizielle Parkplätze zum Beispiel hinter der Bushaltestelle benutzt. Laut dem neuen Plan werden es nur 29 Parkplätze sein, davon auch einen Behindertenstellplatz, ein Carsharing-Parkplatz und vier Kurzzeitparkplätze. Unklar war, wie lange man auf den Kurzzeitparkplätzen Zukunft parken darf. Dazu kommt eine Fahrradabstellanlage mit sechs Anlehnbügeln für zwölf Fahrräder. Auch unklar war, ob die Fahrradstraße für Pkw eine Einbahnstraße sein wird oder, wie im Moment beide Fahrtrichtungen erlaubt sind, aber nur die Einfahrt von einer Seite möglich sein wird. Fest steht allerdings, dass für Pkw die Einfahrt von der Mainstraße aus sein wird. Die jetzige Einfahrt von der Lahnstraße kommend wird zur Ausfahrt. Zu der Ausfahrt gab es schon in der Sitzung kritische Stimmen. Die FahrradfahrerInnen, die von oben kommend zur Kreuzung Lahnstraße wollen, fahren somit aus der Fahrradstraße entgegen des fließenden Verkehrs in der Dornbachstraße bzw. sie müssen dann die Straße überqueren und obendrein noch dazu direkt neben der Ausfahrt vom Gefahrenabwehrzentrum. Wie die Kreuzung hier neu geregelt wird, steht noch nicht fest.